Howdy home, meine Güppy-Fans! Entschuldigung, dass am Montag kein Video kam, aber ich bin nicht rechtzeitig fertig geworden mit meiner Conview von der Shizuru. Ich würde jetzt nur alle zwei Monate von der Shizuru einen Vlog machen, es sei denn, es passiert irgendwas Spektakuläres, dass ich es filmen muss. Und was morgen, oder eher gesagt heute am Abend hochkommt, am Mittwochabend, das ist der lang ersehnte Vlog von meiner Reise in den Zoo von Gelsenkirchen. Ja, in den Gelsenkirchener Erlebnispark war das, glaube ich. Da habe ich jetzt auch was gefilmt und endlich mit dem Schnitt und allem fertig geworden, weil einfach nicht die Zeit mehr gehabt, irgendwas noch groß zu bearbeiten alles. Habe es jetzt über das letzte Wochenende doch noch geschafft, habe auch für Freitag ein kleines Video aufgenommen zum Creepy Friday, passend. Jetzt will ich aber nicht weiter labern und wünsche euch viel Spaß mit dem kleinen Soundtrack, den ich mit Magix Music Maker für euch zusammengestellt habe. Ihr könnt auch natürlich den Soundtrack bewerten, ich werde in die Infocard eine Bewertung starten und ihr könnt auch natürlich in den Kommentaren noch schreiben, wie ihr diesen Soundtrack fandet. Ich saß ein paar Tage lang dran und jetzt viel Spaß. realized, wie ihr wisst, wie ihr wisst, aus dem Kitas 보� hat und der Zinsstraux Wie ihr wisst, wie ihr wisst, was ihr wisst, wie ihr wisst, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020